Die Einführung des Buches Und im achten Unterricht, und das ist heute der achte, beginnen wir inshallah mit dem dritten Prinzip. Er sagt dazu, ich lese erstmal die Worte des Imam vor, dann queren wir zurück auf die Erläuterung dieser Begriffe. Er sagt das dritte Prinzip, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam wurde zu Leuten geschickt, die sich in ihrer Ibadah unterschieden. Unter ihnen gab es welche, die ihre Ibadah an Engel richteten, und es gab unter ihnen welche, die ihre Ibadah an Propheten und Rechtschaffenen widmeten, und es gab unter ihnen welche, die Bäume und Steine anbeteten, und es gab unter ihnen welche, die ihre Ibadah an die Sonne und den Mond richteten. Jedoch kämpfte der Gesandte Allahs gegen sie alle, und er unterschied sie nicht. Und der Beweis hierfür ist die Rede Allahs und kämpft gegen sie, damit keine Fitna mehr stattfinden kann, und bis sämtliche Verehrung, bis sämtliches Gehorsam, bis sämtliche Anbetung auf Allah allein gerichtet ist. Dann zitiert er die Beweise für die einzelnen Richtungen der Anbetungen. Er sagt, der Beweis für ihre Anbetung der Sonne und des Mondes ist Allahs Rede. Und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag und die Sonne und der Mond. Werft euch nicht vor der Sonne anbetend nieder, und auch nicht vor dem Mond, sondern werft euch anbetend vor Allah nieder, der sie erschuf, wenn er es ist, den ihr verehrt. Und der Beweis für die Anbetung der Engel ist die Aussage Allahs. Und er gebietet euch nicht, euch die Engel oder die Propheten zu Arbab, zu Angebeteten zu nehmen. Sollte er euch den Unglauben gebieten, nachdem ihr Muslime seid? Der Beweis für ihre Anbetung der Propheten ist Allahs Rede. Und wenn Allah sprechen wird, O Isa, O Sohn der Maria, hast du zu den Menschen gesagt, nimm mich und meine Mutter als zwei Götter neben Allah? Er wird antworten, gepriesen seist du, nie könnte ich das sagen, wozu ich kein Recht hatte. Hätte ich es gesagt, würdest du es sicher wissen. Du weißt, was in meiner Seele ist, aber ich weiß nicht, was du in dir hegst. Du allein bist der Allwissende des Verborgenen. Der Beweis für die Anbetung der Rechtschaffenen ist die Aussage Allahs. Jene, die sie anrufen, suchen selbst die Nähe ihres Herrn und wetteifern untereinander, wer von ihnen ihm am nächsten sei. Und hoffen auf sein Erbarmen und fürchten seine Strafe wahrlich. Die Strafe deines Herrn ist zu fürchten. Der Beweis für ihre Anbetung von Bäumen und Steinen ist die Rede Allah, Afaraita Mullah al-Uzza. Was haltet ihr nun von Al-Lat und Al-Uzza und Al-Mana, der Dritten der Anderen? Und ebenso der Hadith von Abu Waqid al-Laythi, der sagte, wir zogen mit Allahs Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, zur Schlacht von Hunayn aus und erst kürzlich sind wir vom Kufr davon gekommen. Also erst neulich sind einige von ihnen in den Islam eingetreten. Die Mushrikun hatten einen Baum, zu dem sie sich zurückzogen und an dem sie ihre Schwerter hängten, um Segen zu erlangen. Er wurde Zat Anwar genannt. Daher gingen wir an einem Baum vorbei, oder als wir an einem Baum vorbeigingen, sagten wir, oh Gesandte Allahs, mache einen Zat Anwar für uns, so wie sie ein Zat Anwar haben. Der Hadith. Mit diesem Prinzip möchte der Autor einen weit verbreiteten Irrtum unter seinen Zeitgenossen falsifizieren. Sie sind nämlich dem Irrtum zum Opfer gefallen, dass es zwar abträglich sei, Götzen, Steine oder ähnliches aufzurufen und sich an diese zu wenden, wobei es aber legitim sei, Propheten oder Rechtschaffende aufzurufen, und sie anzubeten und sich an sie mit Kulthandlungen wie das Opfern und so weiter zu wenden. Der Autor möchte hiermit darstellen, dass es zwischen ihrem Tun und dem der ersten Politeisten keinen wesentlichen Unterschied gibt, da sie nicht lediglich Götzen oder sonstige leblose Substanzen anbeteten. Es ist kein Zweifel daran, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam keinen Unterschied gemacht hat. So begegnete er jenen, die leblose Substanzen anbeteten, genau mit der gleichen Missbilligung wie jenen, die lebendige Materie anbeteten. Sollte nun jemand beanstanden, dass es sich bei den Schreinen der Rechtschaffenden und Menschen mit großem Ansehen bei Allah handelt und sie übernatürliche Fähigkeiten haben, versorgen, vergeben, in das Paradies einlassen können und vor der Strafe im Jenseits retten können, dann mögen sie einen wesentlichen Unterschied zwischen der Aufrufung von Isa, der ein von Allah aus erwähnter Prophet war, oder Uzair, ein Frömer unter dem Banu Israel oder ein Prophet bei manchen, der später von ihnen dann vergötet wurde und zwischen den Frömern ihrer eigenen Zeit. Es gibt keinen essentiellen Unterschied. Das Handeln ist das Gleiche, die Realitäten dieselben und alles Unglaube und Politheismus. Politheismus, Schirk. Als der Prophet Allah Sallallahu Alaihi Wasallam die jüdischen Rabbiner, die Ahbara, und die Christen aus Najran, die sich bei ihm versammelt hatten, zum Islam aufrief, fragte ihn Abu Rafi' al-Qurazi, der Jude, oder ein Jude, Möchtest du, O Muhammad, dass wir dich anbeten, wie die Christen Jesus, den Sohn der Maria, anbeten? Und einer von den Nasara, den Christen, der Ar-Rais genannt wurde, fragte ihn ebenfalls, als ist es das, was du von uns willst, Muhammad, und wozu du uns aufrufst. Allah bewahre mich davor, sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bewahre mich davor, dass ich einen anderen als ihn anbete, oder dazu auffordere, einen anderen als ihn anzubeten. Dafür hat Allah mich nicht gesandt, und das hat er mir nicht aufgetragen. Infolgedessen sandte Allah diese Verse herab. Es darf nicht sein, dass ein Mensch dem Allah die Schrift und die Weisheit und das Prophetentum gegeben hat, als dann zu den Leuten spreche, seid meine Diener neben Allah. Dient mir, betet mich an neben Allah. Vielmehr soll er sagen, seid Gottes Gelehrte mit dem, was ihr gelehrt habt und mit dem, was ihr studiert habt. Und er gebietet euch nicht, euch die Engel oder die Propheten zu Angebeteten zu nehmen, zu Arbab. Sollte er euch den Unglauben gebieten, nachdem ihr Muslime seid? Der Vers verweist auch dazu, dass die Vielgötterei, sei sie in Form der Verehrung von Engeln, Propheten oder geringeren Kreaturen, Unglaube bedeutet. Da Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sollte er euch den Unglauben gebieten, also das Anbeten der Engel und der Propheten, ist der hier bezweckte Unglaube. Die vom Autor zitierte Aussage Allah ta'alas, jene, die sie auf und anrufen, suchen selbst die Nähe ihres Herrn und wetteifern untereinander, wer von ihnen, ihm am nächsten sei, und hoffen auf sein Erbarmen und fürchten seine Strafe, weil es die Strafe deines Herrn ist, zu fürchten. Dieser Vers wurde von den Propheten, Gefährten und anderen durch die Erwägung verschiedener beispielhafter Situationen erklärt. Jeder von ihnen erwähnte zur Erklärung des Verses einen Teil dieser Realität, um den generischen Ausdruck durch individuelle Beispiele zu verdeutlichen. Ibn Mas'ud erklärte, dass die Angebeteten eine Gruppe der Djinnen sei, die den Islam annahm. Also es handelte sich schon mal nicht um leblose Substanzen. Also er sagte, es handelte sich hier um Djinnen, die den Islam annahm, ohne dass ihre Anbeter, die Muschrikunen der Araber, etwas davon mitbekamen und infolgedessen weiterhin auf ihre Anbetung verharrten und daraufhin sagte Allah, jene, die sie anrufen und anbeten, verherrlichen, suchen selbst die Nähe ihres Herrn, also die Gruppe der Djinnen. Er sagte nämlich, Dies ist über eine Gruppe von Arabern herabgesandt worden, die eine Gruppe von Djinnen anbeteten. Da nahmen diese Djinnen den Islam an, wobei diese Gruppe, also von Menschen, die es nicht mitbekamen, daraufhin wurde dieser Koran-Vers herabgesandt. Das sagt Ibn Mas'ud. Ibn Abbas und Mujahid erwähnen, dass die Angebeteten hier Isa und Uzair seien. In einer dritten Auffassung wird erwähnt, dass es sich hier um die Engel handelt. In der Realität sind diese Tafassir-Erklärungen der Sahaba und Salaf, der Tabi'un, keine kontradiktorischen, unvereinbaren Auffassungen. All die hier erwähnten Dinge sind lediglich Beispiele. Beispiele für angebetete Objekte neben Allah Ta'ala. Denn all diese Angebeteten hier, die Geschöpfe, diese vergötterten Geschöpfe, die Propheten, Engel und Frömmler, sind selbst auf der Suche nach der Nähe Allah Ta'alas, fürchten seine Strafe und hoffen auf seine Barmherzigkeit. Sprich, sie sind selbst gottesbedürftige Diener, abhängige Geschöpfe. Entsprechend ist dieser Vers eine offenkundige Entkräftung der Anmaßungen jener Neomystiker, der Sofiyatul Quburiya al-Rula und der Mancha der Gulatul Mutakallimin, der Scholastiker, in der Behauptung der Politheismus, beschränke sich auf die Verehrung und Anrufung von Skulpturen und Kötzenbildern. In dem vorherigen Vers sagt Allah Ta'ala Also der Vers vor dem eben Zitierten Sprich, ruft doch die an, die ihr neben ihm wähnt. Sie haben keine Macht, weder das Unheil von euch zu nehmen, noch es abzuwenden. Und daraufhin sagt dann Allah Ta'ala und jene, die sie anrufen, suchen selbst die Nähe ihres Herrn. Das heißt, dass diese angerufenen, aufgerufenen Jinn, Propheten, Engel, auf sie bezieht sich oder sie sind mit eingeschlossen in diesem Vers, ruft doch die an, die ihr neben ihm wähnt. Sie haben keine Macht, weder das Unheil von euch zu nehmen, noch es abzuwenden. Im Gegensatz zu einigen der Muschirikun, die sich den Mantel des Islams überziehen, so sagte einer von ihnen, der unter den Gelarten gezählt wird, er sagte, kein Nagel kann in eine Wand gehauen werden, solange dies, solange es nicht die Erlaubnis des Al-Badawi gibt. Al-Badawi ist ein vergötterter Mensch, dessen Schrein sich in Ägypten befindet. Jedenfalls, es wird über Ibn Abbas überliefert, dass er über diesen Vers sagte, die Götzendiener sagen, wir beten die Engel den Messias und Usairan. Und es sind diese, zu denen sie Bittgebete machen. Als Beweis für die Existenz der Skulpturenanbetung unter den ersten Politeisten führt der Autor die Verse aus der Surah Was haltet ihr nun von Al-Lat und Al-Uzza und Manat der dritten der anderen In diesem Vers werden drei der beträchtlichsten Götzen der arabischen Politisten erwähnt, Al-Lat, Al-Uzza und Al-Mana. Zu denen kommen wir später nochmal. Vorerst aber einmal einen Einblick über er in den Anfang des Götzendienstes bei den Arabern nach Ismail Al-Islam. Ibn Hisham erwähnt, dass Amr ibn Luhay einst in einem Geschäft von Makkah nach Syrien reiste. Als er nach Maab in der Provinz Balqa kam, fand er dort die Amaliqa. Das heißt, die Söhne Imlaqs oder Imliqs Ibn Lawid Ibn Issam Ibn Nuh welche Götzen anbeteten. Er fragte, was sind das für Götzen, die er anbetet. Sie antworteten, die Götzen, die wir anbeten, lassen regnen, wenn wir sie um Regen anflehen und verleihen uns Sieg, wenn wir sie um ihren Beistand bitten. Er bat sie ihm auch, einen Götzen zu schenken, den er nach Arabien bringen könne, damit man ihn dort auch anbete. Da schenkte man ihm einen Götzen, welcher Hubel hieß Hubel. Er ging damit nach Mekka, stellte ihn auf und befahl den Leuten, ihn anzubeten und zu verehren. Allat, kommen wir kurz zu den Götzen, die hier erwähnt worden sind in der Surah und Najm. Allat war der Götze der Banu Thaqif in Ta'if. Der Götz ist jünger als der Götze Al-Mana. Es war ein weißer, gravierter, quadratförmiger Felsen. Vorhänge bedeckten den Felsen und Pförtner bewachten ihn. Als die Thaqif den Islam annahm, schickte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Murira Ibn Shu'ba zu diesen Götzen, um ihn zu zerstören, woraufhin er zerstört und verbrannt wurde. Ibn Abbas Erwähnte, dass es sich bei Allat ursprünglich, also dieser weiße, gravierte, quadratförmige Felsen, Ibn Abbas Erwähnt, dass Allat ursprünglich ein rechtschaffender Mensch war, der sich um die Pilger kümmerte. Sie tränkte und speiste. Als er verstarb, errichteten sie ein Haus, also ein Gebäude, und umsäumten es mit Vorhängen und beteten dann diese Grabstätte an. Es besteht kein Widerspruch zwischen den zwei Aussagen. Möglicherweise befanden sich das Grab und der Felsen an der gleichen Stelle. Die Quraysh und die Banu Kinana hatten den Götzen Al-Uzza, welcher sich an einem Ort Nakhla genannt, befand. Nakhla, ein Tal zwischen Mekka und Taif. Die Aufseher und Vörtner dieses Götzen waren die Banu Shaiban, Bundesgenossen der Quraysh. Und dementsprechend erbauten die Quraysh in dem Tal ein Götzenhaus, also eine Kultstätte und meinten daraus Stimmen zu hören. Als der Prophet Sallallahu Alaihi Mekka eingenommen hatte, entsandte er Khalid Ibn Al-Walid zu diesem Götzen Al-Uzza, um ihn zu zerstören. Er begann damit den Götzen, der aus drei gewaltigen Bäumen bestand, bestimmte Baumart, Samura wird sie genannt. Er begann damit diese zu zerschlagen. Als er den dritten Baum fällte, wurde dieser zu einer Namen, kam daraus eine Gestalt einer schwarzen Frau mit gekräuseltem Haar. Sie legte ihre Hand auf ihre Schulter und schlug mit ihren Reißzähnen um sich. Hinter ihr befand sich ihr Beschützer. Daraufhin sagte Khalid, O Uzza, ich bin dir gegenüber ungläubig und lobpreise dich nicht. Ich sah wohl, wie Allah dich erniedrigt oder erniedrichte. Danach schlug er ihr auf den Kopf und spaltete ihn und sie wurde zu Asche. Dann tötete er ihren Wächter. Das ist überliefert in Mera in den Siyar und in Tafasir vergleicht dazu Tafasir ibn Jarir und derartiges. Al-Mana war der Götze der Al-Aus und Al-Khazraj also in Medina und der Uferbewohner von Qudayd in der Gegend von Al-Mushallal. Zum Abschluss erwähnte Autor den Hadith von Abu Waqid Al-Laythi. Er sagte, wir zogen mit Allahs Gesandten zur Schlacht von Hunayn aus und erst kürzlich sind wir vom Kufr davon gekommen. Die Mushrikun hatten einen Baum zu dem sie sich zurückzogen und an dem sie ihre Schwerter hängten um Segen zu erlangen. Er wurde Zatu Anwar genannt. Daher gingen wir an einem Baum vorbei und sagten O Gesandte Allahs mache uns eine Zat Anwar so wie sie eine Zat Anwar haben. Dieser Hadith wird überliefert bei Ahmad im Musnad und bei Al-Tayalisi Al-Shafi'i Abu Ya'la überliefert ihn Ibn Hibban Al-Tabarani Al-Kabir Al-Tirmidhi und andere. Abu Waqid ist ein bekannter Sahabi sein Name ist Al-Harith Ibn Malik andere sagten Auf Ibn Al-Harith er verstarb im Jahr 68 nach der Hijra im Alter von 85 Jahren. Hunayn ist der Name eines Ortes zwischen Al-Taif und Makkah die Schlachter an diesem Ort fand im Jahre 8 nach der Hijra also circa einem Monat nach der Eroberung Makkahs statt. Hier ist ein wichtiger Hinweis die neulich in den Islam getretenen Gefährten das waren die Leute die nach der Eroberung Makkahs in den Islam eingetreten sind und direkt ein Monat danach fand dann diese Schlacht von Hunayn statt. Sie verlangten vom Propheten Sallallahu zu gewinnen der Prophet Sallallahu verglich aber ihre Aussage mit dem Verlangen der Banu Israel aufgrund der Gemeinsamkeit zwischen den beiden Dingen besonders nach dem äußerlichen Schein nach wer nämlich an etwas anbetet ist spirituell daran gebunden genauso jemand der den Segen aus etwas erhofft zu glauben dass Allah etwas als Quelle des Segens gemacht hat während es in der Realität nicht so ist und folglich daraus Segen zu Erstreben gehört nicht zum großen Schirk dementsprechend kann aus diesem Text nicht abgeleitet werden dass die Unkenntnis ein Entschuldigungsgrund beim Verletzen der Quintessenz des Islams ist das mal kurz und knapp zu dem dritten Prinzip kommen wir zum vierten und letzten Prinzip er sagt die Politeisten in unserer Zeit sind im Begehen vom Schirk emsiger und gröber als die ersten Politeisten denn die ersten Politeisten schrieben Allah in sorgenfreien Lagen schrieben die Ibadah Allah in sorgenfreien Lagen alleine zu und beteten ihn in lauter und aufrichtiger Absicht in Zeiten der Not an die Politeisten unserer Zeit sind in ihrem Schirk beständig bei Glück und Not und der Beweis hierfür ist die Aussage der Beweis dafür dass die Muschrikun dieser Art waren Und wenn sie ein Schiff besteigen dann rufen sie Allah reinen Glaubens an bringt er sie dann aber heil ans Land siehe dann stellen sie ihm andere zur Seite Das ist das vierte Prinzip das der Imam hier erwähnt Die Verse die auf diese Realität hinweisen sind zahlreich dazu gehören zum Beispiel folgende Und wenn ihr auf dem Meer ein Unheil trifft verloren sind jene die an seiner Stadt anruft Hat er euch aber ans Land gerettet dann kehrt ihr euch von ihm ab denn der Mensch ist undankbar Ibn Kathir sagt wie bei diesem Vers Das heißt dann also in dieser Situation entweicht alles aus euren Herzen das ihr neben Allah anbetet So erging es auch Ibn Abijahn als er bei der Erobachung von Mekka vor dem Propheten Sallallahu Floh und ein Schiff bestieg Al Hakim überliefert diesen Vorfall im Al Mustadraq das Urwa berichtet Ikrima Ibn Abijah flog am Tag der Eroberung Mekkas wobei er nach Jemen gelangen wollte an diesem Tag kam Ummu Hakim Bint Al Harith Ibn Hisham die damals Muslimer war und mit diesem Ikrima verheiratet war sie bat den Gesandten Allah um Erlaubnis ihren Ehemann zu verfolgen erlaubte es und gab für ihn eine Sicherheitsgarantie da zog sie mit einem römischen Sklaven los der ihr gehörte auf dem Weg bedrängte der Römer sie und belästigte sie sie hielt ihn so lange hin und konnte seine Versuche abwehren bis sie auf Leute von Makkah traf da rief sie diese um Hilfe gegen ihn daraufhin fesselten die Leute ihn schließlich erreichte sie ihren Ehemann bei Tihama wobei er bereits in ein Schiff eingestiegen war als er schließlich im Schiff Platz genommen hatte rief er die Götzen Allah und Al-Uzza an da sagte man zu ihm dass man hier das heißt auf dem Meer nur Allah alleine anrufen darf da sagte er wenn hier auf dem Meer nur Allah alleine gilt so gibt es zulande auch nur Allah als den einzigen daraufhin schwor er zu Mohammed zurück zu kehren dann kehrte Iqlama zusammen mit seiner Ehefrau zurück und trat bei Mohammed ein und gab ihm den Treue wobei der Prophet diesen von ihm annahm ebenfalls die Aussage deutet auf diese Realität und auf dieses Prinzip und wenn Bogen sie gleich Hüllen bedecken dann rufen sie Allah in lauterem Iman also oder in lautere Ibadah unbemengt doch rettet er sie dann ans Land so sind sie es nur einige von ihnen die einen gemäßigten Standpunkt vertreten und niemand leugnet unsere Zeichen außer allen treulosen undankbaren Ibn Qaym beschreibt die Lage der späteren Politeisten äußerst zutreffend indem er sagt du siehst dass die Aussagen des Politeisten im Widerspruch zu seiner Lage und Tat steht Er sagt nämlich wir lieben sie nicht im selben Ausmaß wie wir Allah lieben also ihre angebeteten Heiligen und wir nivellieren nicht die Unterschiede zwischen Allah und ihnen anschließend siehst du aber dass sie ihretwegen erzürnen wenn ihre Würde betastet wird imposanter als der Zorn für Allah sie heißen es willkommen wenn sie erwähnt werden und erfreuen sich besonders wenn solches erwähnt wird oder solches genannt wird über diese Heiligen das sich gar nicht in ihnen befindet das nicht der Realität entspricht wie etwa sie würden aus der Not helfen Sorgen beseitigen wir dürfen sich stillen und sie seien die Tür zwischen Allah und seinen Dienern du siehst wie der Politist erfreut und entzückt wenn sie erwähnt werden sein Herz sehnt sich nach diesen vergötterten Wesen brennende Leidenschaft keimt im Herzen Verehrung Demut und Loyalität wenn du aber Allah alleine erwähnst und seine Einheit nicht vermengst trifft ihn das Gefühl der Befremdung Enge und Bedrängnis er wird dir Vorwürfe machen du würdest die Ilahiyah bemängeln und womöglich wird er dich anfeinden bei Allah wir haben Allis mit eigenen Augen gesehen sie feindeten uns an und schmiedeten gegen uns Listen möge Allah sie im Dies und Jenseits erniedrigen ihre Argumente waren dieselben wie die ihrer Geschwister zuvor sie bemängeln unsere Götter diese sagten anstelle davon also anstelle dass sie sagen sie bemängeln unsere Götter sie bemängeln unsere Heiligen unsere Maschair die Türen unserer Bedürfnisse zu Allah hier ist das Zitat Ende aus Madari Yus Salikin und somit hätten wir ein das Kommentar zu den vier Prinzipien abgeschlossen weder zu kurz noch zu lang sondern ein Zwischenweg Wallahu a'lam und sallallahu ala nabiyina muhammad